Einmischung ist die einzige Möglichkeit realistisch zu bleiben. Das war das Zitat von Heinrich Böll auf meiner allerersten Bewerbung für ein Mandat bei den Grünen. Ich habe damals direkt gewonnen und bin Bildungspolitiker geworden. Und dieses Zitat begleitet mich zeitlebens schon. Ich finde, jeder Mensch soll sich einmischen. Man muss Dinge hinterfragen, man muss, denn es sein muss, auch meckern und nicht immer andere darüber entscheiden lassen, wie dein Leben sich zu gestalten hat. Und das sage ich auch bei jeder Schulveranstaltung den Schülerinnen und Schülern. Mischt euch ein. Und ich verwende jedes Mal auch dieses Zitat. Einmischung ist die einzige Möglichkeit realistisch zu bleiben. Das ist ein zeitloses Zitat, was in jeder Demokratie eine Notwendigkeit für jeden Bürger und jede Bürgerin ist. Einmischung!